Von der Kraftwerksbesichtigung in Urstein bis hin zur Eisriesenwelt. Der Lehrlingsausflug 2024 der Salzburger AG führte die Lehrlinge zu spannenden Orten und bot zahlreiche Aktivitäten. Die Lehrlinge erlebten Teambuilding-Aktionen, lernten neue Fähigkeiten und hatten viel Spaß, während sie die Vielfalt der Salzburger AG und der Region Salzburg erkundeten. Die Lehrlingsausflüge finden jedes Jahr im Sommer statt, wo alle Lehrlinge eingeladen sind mitzufahren. Der Mehrwert für das Unternehmen ist auch Teambuilding, gemeinsam was Unternehmen, zusammenwachsen, gemeinsam Aktivitäten gestalten und was lernen. Also ich war zum heutigen Ausflug, dass man recht viel neues lernen. Ich war zum Beispiel nie in der Eisriesenwelt. Auf das bin ich schon sehr gespannt, wie es da drinnen ist und vom Kraftwerk habe ich die Erfahrung schon gemacht mit der Volksschule. Die Führung fand ich sehr gut. Ich habe was Neues gesehen. Die Turbinen sind komplett neu. Die Fischtrippe fand ich auch ganz interessant und wie groß das einfach alles ist. Das Wasserkraftwerk Urstein wurde 1971 in Betrieb genommen und nutzt die Wasserkraft der Salzach zur Stromerzeugung. Mit einer Jahresproduktion von rund 120.000 Megawattstunden leistet es einen bedeutenden Beitrag zur regionalen Energieversorgung. Die Salzburger AG hat verschiedene Unternehmensbereiche wie die Energie, den Verkehr und den Telekommunikationsbereich. Und unsere Lehrlinge aus dem ganzen Konzern dürfen hier Kraftwerksluft schnuppern, um zu wissen, wo elektrische Energie erzeugt wird. Vom Metalltechniker bis hin zur Köchin. Die Lehre bei der Salzburger AG bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten. Spannende Projekte und engagierte Ausbildner bereiten die Lehrlinge optimal auf ihre berufliche Zukunft vor. Also ich habe den Lehrberuf Kommunikationstechniker gelernt. Was bei uns die Lehre besonders macht, ist das, dass wir trotz dem Arbeitsleben, das wir haben, oft eine Zeit nehmen mit den Lehrlingsausflügen, mit der Weihnachtsfeier. Dass zum Beispiel im dritten Lehrjahr die Weihnachtsfeier selber machen darfst, also das Thema auswählen darfst und aussuchen darfst, was für Getränke und Essen zur Verfügung gestellt wird. Ich habe den Lehrberuf Kfz-Techniker gewählt. Wir machen halt sehr viele verschiedene Ausflüge. Wir lernen die anderen Berufe auch kennen. Wir sehen mal was anderes, nicht nur unseren Beruf. Man hat sehr gute Meister und Gesellen. Potenzielle Lehrlinge in der Salzburger AG erwartet eine fundierte Ausbildung und Abwechslung und die Chance in dreieinhalb Jahren, vier Jahren je nach Lehrberuf, das breite Berufsbild ihres gewählten Berufs zu erlernen. Wir haben aktuell 70 Lehrlinge in 13 Berufe und das für jeden war es dabei. Der anschließende Besuch in der Eisriesenwelt war ein voller Erfolg. Die Lehrlinge hatten viel Spaß und konnten viele interessante Infos und neues Wissen sammeln. Wenn auch Sie Interesse an einer Lehre bei der Salzburger AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at. slash karriere www.salzburg-ag.at.